Jetzt erzähle ich die Geschichte vom größten Reißkoll der Welt. Und die kleine Heldin unserer Geschichte ist das Mädchen Ming. Fünf Jahre alt, super schlau, lieb und ganz schön pfiffig. Ming spielte gerade neben dem Reißfeld ihres kleinen Dorfes mit ihrem kleinen Hund. Das Reißfeld macht alle Menschen satt. Ming war glücklich und vergnügt. Hinter dem Reißfeld war ein großer Berg. Der aussah wie zwei Kamelhöcker und den deshalb alle Kamelberg nannten. Übrigens, wusstest du, dass Reiß auf großen Feldern im Wasser wächst? Eines Tages hörte es gar nicht mehr auf zu regnen. Und im Kamelberg floss immer mehr Wasser ins Dorf, überschwemmte die Felder und schwemmte den ganzen Reiß, der dort wuchs, mit sich ins Meer. Plötzlich hatten die Menschen in dem Dorf von Ming gar nichts mehr zu essen. Das war keine schöne Situation und so waren alle traurig und hatten furchtbaren Hunger. Hm. Ming war ja nur ein kleines Mädchen und sie konnte doch eigentlich nicht alle retten. Denn sie hatte ja auch nichts zu essen. Da betete sie zu ihrem Opa, der schon lange nicht mehr lebte, der im Himmel war, legte ihre Hände zusammen und sagte, Opa, bitte, 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 hilf uns, dass wir alle was zu essen finden. Wir mögen am liebsten Reiß. Vielleicht hast du ja eine Idee, Opa. Und plötzlich kam von oben ein Zauberregen, der glitzerte. Dieser Glitzerregen fiel nur auf Ming, auf ihren Kopf. Sie wusste gar nicht, was das zu bedeuten hatte. Und dann hörte sie eine Stimme. Geh auf die andere Seite des Kamelberges. Dort findest du hinter einem großen alten Baum ein Reiskorn. Und wenn du dieses Reiskorn wieder mit zurück ins Dorf bringst und das Reiskorn in ein Feld hineinlegst, damit es wächst, dann wird dein Dorf nie mehr Hunger haben müssen. Gesagt, getan. Sie kletterte auf den Berg rauf und auf der anderen Seite wieder runter. Aber auf dieser Seite waren überall Bäume. Und sie wusste nicht, welcher Baum der war, hinter dem das Reiskorn lag. Sie erinnerte sich, dass es wohl der größte Baum sein musste, den es überhaupt gibt. Und da sah sie am Horizont, hinter dem ersten Wald, einen Baum, der 20 Meter breit war. So breit wie ein Haus. Sie wunderte sich und sie rannte zu diesem Baum. Ging auf die Rückseite von dem Baum und dort lag ein Reiskorn auf einem Felsen. Dieses Reiskorn nahm sie in ihre Hand. Sie hatte eine Halskette mit einer Tasche vorne dran. Da legte sie das Reiskorn hinein. Dann machte sie sich auf den Weg in ihr Dorf. Auf dem Weg kam plötzlich ein Bär vorbei, ein Panda-Bär. Hallo, wer bist denn du? Ich bin Ming. Ich habe leider gar keine Zeit. Ich muss schnell in mein Dorf. Die Menschen müssen was zu essen bekommen. Ach, bleib doch hier. Was hast du denn da in deiner Halskette? Das kann ich dir nicht zeigen. Es muss in der Halskette bleiben, weil wir brauchen es. Interessant, interessant. Zeig doch mal her. Nein, ich möchte nicht. Wieso denn nicht? Und sie rannte weiter. Denn der neugierige Panda-Bär stellte so viele Fragen und sie hatte ja keine Zeit. Sie musste schnell ankommen. Da kam plötzlich ein großes Kamel um die Ecke. Hallo, Ming. Was machst denn du? Wohin gehst du? Ich muss in mein Dorf. Ich habe keine Zeit. Lass mich in Ruhe. Ach, bleib doch hier. Wir könnten uns ein bisschen unterhalten. Ich habe aber keine Lust, mich zu unterhalten. Ich muss in mein Dorf. Und sie rannte weiter. Alle waren so nervig und wollten mit ihr noch reden. Dabei musste sie schnell das Reiskorn einpflanzen, damit alle was zu essen hatten. Sie ging weiter. Da landete plötzlich ein kleiner Vogel auf ihrer Hand. Hallo, Ming. Ich bin der kleine Tinky. Na, wohin gehst du denn? Ich habe keine Zeit. Ich muss jetzt schnell weiter. Ach, bleib doch. Wir könnten ein bisschen spielen. Nein, ich kann jetzt nicht spielen. Ich muss das Reiskorn einpflanzen. Ach komm, sei doch kein Spielverderber. Ach, wir können immer noch nächste Woche spielen. Aber jetzt habe ich keine Zeit. Und der Vogel flog davon und war mächtig sauer. Aber sie dachte... Ich muss so schnell wie möglich nach Hause. Ist egal, was die alle machen. Dann kam plötzlich, als sie gerade auf der einen Seite des Berges war, und es dauerte ja mindestens einen ganzen Tag, um über diesen Riesenberg rüber zu klettern, plötzlich ein Adler geflogen. Es war der große, weise Adler, den sie sehr gut kannte. Der sagte... Wo willst du denn hin, Ming? Ich muss schnell ins Dorf mit dem Reiskorn. Ja, aber das schaffst du sowieso nicht so schnell, weil du bist ja so klein und musst über den ganzen Berg klettern. Soll ich dir nicht helfen? Oh ja, Adler, das wäre so schön. Bitte, bitte, bitte. Na komm, ich fliege dich in dein Dorf. Sie setzte sich auf den Adler auf seinen Nacken, hielt sich fest und er stieg in die Luft empor mit seinen großen Flügeln. Und zehn Minuten später war sie zu Hause. Und die Dorfbewohner, die schon sehr, sehr hungrig waren, mussten nicht einen ganzen Tag warten. Ming ging zum Feld und legte das Reiskorn in die Erde. Plötzlich knallte es und rauchte und es wurde laut und es wackelte und die Erde bebte. Sie drehte sich weg, weil so viel Staub da war. Dann drehte sie sich langsam wieder um. Vor ihr lag immer noch das Reiskorn, aber es war plötzlich so groß wie ein Haus. Wow! Das Riesenreiskorn lag mitten auf dem Feld. Sie staunte. Wie soll man denn das isst? Ja, so groß davon werden ja wirklich alle satt. Juhu! Ming rief das ganze Dorf zusammen und alle kamen angerannt. Jeder schnitt sich mit einem kleinen Messer ein Stück vom Reis ab. Das Reiskorn aber wuchs immer wieder nach. Niemand würde jemals wieder hungern müssen in Mings Dorf. Alle jubelten und rannten nach Hause und kochten ihr kleines Stück vom Reis. Und dann wieder und wieder. Das ganze Dorf feierte seine Heldin Ming. Sie hatte das Reiskorn gefunden und sie hatte das Dorf gerettet. Und als es langsam dunkel wurde, legten sich alle müde und satt schlafen. Soh! Untertitelung des ZDF, 2020